brauchen nicht unbedingt reparieren wenn wir innen da mal zu A gehen, weil da irgendwas abgeht das könnte wahrscheinlich wieder das Gunship Zeug sein Gunship müsste uns gehören und davon kommt ein Panzer vor uns rechts ja markieren einfach, das sind die alten Grundregeln ja markiert das sind zwei Sachen links neben euch da ist mir zu wenig Infobox ja ich glaube du guckst zu sehr darauf wohin ich schieße Mann Nils da macht es denn der Panzer und der Ranger da macht es mal schwierig am Panzer vorbeizuschauen da geht auch selber dahin da kannst du aber nur alleine drinsitzen in den Dingen dann wo ist denn eins was mach ich denn hier für'n scheiß scheiß ich seh den Panzer und dann boom die Map gefällt mir eigentlich dieser Kampf hier vorne gefällt mir gefällt mir sehr gut in dieser City oder wie man das hier nennt ja hey wo sind denn die Artillerie Dinger ja du weißt das ja angeblich ich weiß noch nicht wie die aussehen so so lang Dinger die so hoch wie gesagt ich mag nur das Wort geil das Ding hat keine kann man das das kann man nicht mehr reparieren das kannst du nur kaputt wow ich will mich überfahren ihr Freund wohin geht ihr denn da eigentlich weiß ich nicht ja aber ihr lauft voll in die falsche Richtung ihr lauft hier einfach mal zu D und zu G und da ist eigentlich überhaupt keine Action aber G ist wichtig wenn man ein G hat hat man ein Gun Chip ja ich werde mir jetzt mal ein Quad holen komm mit wir fliegen nein oh doof gefahren hi hey warte mal hey hey fährst du du kannst doch eh nicht rein das muss ja noch verstehen aber dann machen wir jetzt mal ein kleines Rennen boah die Dinger sind so geil hörst du den Sound ey ja klingt wie mein Roller boah ich hab ne geile Idee volle Idee ja warte ab die ist noch nicht ausgereibt aber wenn alles cool ist springen wir jetzt einfach hier drüber und runter landen die auf der Straße das ist doch geil gewesen oder so schnapp dir den Panzer da schnapp dir den Panzer der volle steht wo denn ey na jetzt ist schon jemand anderes drin toll sorry ich schwung grad dabei Minen zu verlegen was ist denn ein wichtiger Minen ey da ist einer hinten ja ich weiß wie sei denn im Haus ist einer das ist auch da ne wo denn da ist ein Panzer oh nee du machst mich scheiße ah danke es war ein Jeep ja war ein Jeep wir brauchen kein Panzer ich hab meinen Quad will jemand mitfahren? ja wo bist du? das kann man auch auf der Karte erkennen hallo war zum Engel hat meine Minen kaputtgemacht ich fahr jetzt ich geh jetzt in diese ah da ist ne Artillerie warte ich bin da rein komm rein geh rein geh rein ich kann da nicht rein dann jetzt geh rein ich bin tot die ist eh kaputt die ist eh kaputt weil da direkt der Hedi kam dann reparieren reparieren sollte ich vielleicht erstmal hier den Quad auf dem wir hier stehen du sitzt hier auf dem brennenden Quad ey da ist doch ein Typ ey da ist doch ein Typ warum macht denn hier keiner was das ist tot sag mal Krieg siehst du siehst du das nicht das ist tot aber warte mal ich muss Briechen verlegen ich dachte du musst pinkeln gehen erstmal hier so ich fahr los tschüss warte ey du hast schon scheiße gewornt wegen der abritte gewesen warte auch nicht ich hab keine scheiße gewornt da war wo sind viele Leute bei B bei Bertha das ist die los gerade ok wow geil oh scheiße und hey das war doch Achtung wow wow geil das war der geilste Flug hier es ist doch einfach nur schön hier ist direkt vor uns ein Panzer Achtung ja super wir sind drüber gesprungen ich bin tot du bist drüber gesprungen aber ich bin tot jawoll Fahrzeug zerstört nein der liegt im Bus der ist immer so egoistisch der ist immer so egoistisch wie ich bin egoistisch ja ich bin hier der Typ der hier gerade komm raus ey wie schlecht schieße ich denn das gibt es doch nicht mit einer Elsa trifft er mich das ist die Hurenwaffe ey oh man ist das der Ausdruck Hurenwaffe ja keine Ahnung ey warum bin ich bei dir gespawnt kannst du mich nicht erklären ich würde nicht beim Daniel spawnen der ist irgendwie fernab boah da ist noch einer oh Daniel ich messer dich jetzt kann ich ihn nicht messern ich habe doch hier gerade einen Panzer gesehen ich habe doch hier gerade einen Panzer gesehen das ist eine Artillerie ne war das da genau lauf die mitten da her versteckt Nils ich kann auch Ab Blinkraketen am Start ja also wenn du auf die 3 gehst und was anvisierst kann ich Gas geben da komme ich gerade was wie siehst du an in der Mitte vorne ich weiß aber gar nicht was das ist da möchte ich mich irgendjemanden abholen rechts ist da wo das B steht ich weiß ehrlich gesagt überhaupt nicht was der jetzt da trifft ey ich bin mitten in der Wüste das ist so sch... nein da wo die volle wo wo raus auch das war schlecht das war einfach nur schlecht von mir die Übersicht verloren hier 3000 Dinge gesehen lohnt sich der EU ein Satz ja da ist ein Panzer aber wo ist der Panzer nein das sind wir diese idiotischen Arscher hier die dann einfach direkt losfahren anstatt hier zu warten meine Fresse Meilen hier mit einem Panzer kann man Spaß haben ein vielleicht soll ich mal wieder zurück auf die Straße gehen was war das denn habe ich gerade auch gedacht scheiße man die haben sich organisiert das ist der unterschied zu uns die wissen wie es geht wo ist denn der daniel eigentlich da ist auch ein panzer daniel gar nicht gut dass ich überlebt habe ein wunder ich glaube zu dir daniel ja der panzer werden aber noch hier und viele abgesprochen hinter panzer ja stimmt ja In eurem Einsatzgebiet wurde ein feindlicher Panzer gesichtet. Drückt mit äußerster Vorsicht weiter vor uns. Sieht aber trotzdem sehr gut aus im Moment. Brauch gewinnen. Eine mobile Ab. Scheiße. 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 Andere Seite. Wer hat denn der? Was macht der Panzer kaputt, ey, der Kerl? Ah, ist er aus, ja. Oh, ey. Ja, würde ich sagen, dann war es das wieder mit unserem Let's Play hier. Wie heißt die Karte? Äh, Bandar-Wüste. Vom Sni-Gaming-Team. Sehen wir uns dann bei einem nächsten Battlefield 3 Let's Play. Bis dann. Wir haben gewonnen.